ok keiner da wir können wieder nach hause gehen hier gibt es nichts zu sehen ja mein gott scheiße dann machen wir das auch noch mal mit interessant wenn ich nicht so viel höhenangst hätte würde ich jetzt darauf klettern aber das machen wir nicht und hier ist bestimmt die nächste currywurst budde weil ich nämlich langsam ganz genung gehabt doch nicht doch nur ein burger king weiter wo sind wir denn hier gelandet ok geht ganz schön tief runter da ist die spinne so ist jetzt raus da raus aus meinem motorrad ist das ein drecksvieh ok ja nett hier könnt ihr mir vorstellen hier zu wohnen kostet nicht viel miete die klo sind auch in der nähe ok ich glaube das war es dann hier schluss